Was geht meine Freunde, willkommen zu Donkey Kong Land 3, einem neuen Projekt meinerseits und zwar wieder zu einem lockeren Emulato LP, meine Freunde, Donkey Kong Land 3, press start. Das Ganze auf dem Game Boy erschienen, ungefähr, ich glaube, vor Donkey Kong Country 3, ich bin mir gar nicht sicher, oder nach Donkey Kong Country 3 ungefähr, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall so eine kleine Aufwärmung sein für das normale Donkey Kong Country. Also bevor ich das normale Donkey Kong Country natürlich dann wieder LP, meine Freunde. Und ich werde jetzt erstmal kurz den Sound ein bisschen lauter stellen. So, müsste es eigentlich passen. Und dann fangen wir auch gleich an, das wird aber nicht zu 100% gemacht, wir zocken das einfach ganz normal durch, wie ich es auch gemacht habe bei den anderen Donkey Kong Land-Teilen. Und Cape Code Swallow. Und das ist auch, glaube ich, das erste Donkey Kong Land, was auch ein ziemlich guter Quali aufgenommen wird, also 160 Fs und so weiter, mit guter Mikro Quali, Red Wharf, ist das erste Level. Ähm, okay, ich muss erstmal die Steuerung hier lernen. Hier oben ist auf jeden Fall schon mal was. Ah, nur ein One-Up. Und irgendwas anderes, was ich bekommen habe, oder? Was habe ich denn noch bekommen? Oh mein Gott. Ähm, die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber... Da komme ich schon ran. Da komme ich schon irgendwie rein. So. Auch wenn der Gameboy-Emulator ein bisschen Probleme hat, also Soundprobleme irgendwie, hat er irgendwie einen Soundbug gehabt. Ist ja auch ein. So. Bams. Was ist hier? Also die ersten Level sind wahrscheinlich noch gar nicht so schwer. Und ich muss erstmal wieder reinkommen, allgemein, überhaupt in solchen Spielen. Lang noch mal solche Spiele gespielt. Sieht halt echt, ähm, klassisch aus, halt. Solche Spiele habe ich halt echt lange noch mal gespielt. Ist ja noch nicht mal stockscharfes HD. Aber so ist es halt normal. Und da haben wir es geschafft. Von mir aus. Wir wollen es dann normal durchspielen, habe ich ja auch gesagt. So. Seabed. Shanty. Oder ist das nächste Level? Wir haben sogar hier die Decay-Münze gefunden. Das ist ziemlich cool. Obwohl wir die gar nicht sammeln. So. Wir sind jetzt hier unter Wasser. Interessant. Ich komme Fische. Hier ist Sticker. Aber ich habe ja schon ein. Und brauche den nicht nochmal, glaube ich. So. Ich kriege einen Ongard. Cool. Wusste ich gar nicht. Ihr müsst wissen, ich spiele das Blind. Also. Nicht, dass ihr irgendwie denkt. Äh. Woher weiß ich das Ongard ist. Ich weiß ich doch gar nicht. Wusste ich auch nicht. Ähm. Was ist da? Ich gucke mich halt nur im Level ein bisschen rum. Ist die Musik so normal gewesen? Es läuft ja auch nicht auf konstanten 60 FPS. Oh mein Gott. Aufpassen. Ah shit. Jetzt bekomme ich aber wieder ein Leben. Dann habe ich ja zwei. Das coole ist halt hier. Das war pur. Ihr habt gesehen, wir waren halt nur Ongard. Und. Kein DK, der drauf geritten ist. Ich glaube, das war ab DKC 2. Oder ist das allgemein Donkey Kong Land so gewesen? Also auf jeden Fall in DKC 2. Glaube ich zumindest ab DKC 2. Ähm. Dass da. Dann auch normale. Also dass die. Tierischen Helfer halt so gesehen. Ohne irgendwie. Jemanden drauf. Haben. Irgendwie steuer. Gesteuert werden konnten. Also pure tierische Helfer halt. Ohne DK. Oder irgendwie. Diddy. Dixie. Kitty. Ähm. Das ist cool. Bonus. What the fuck? Ich habe ja mal einen Bonus gefunden. Ja gut. Ich nehme natürlich Bonis mit. Die ich finde. Bash the Baddies. So. Da bin ich mal gespannt. Bash the Baddies. Baddies. Was geht ab? Yeah. Was geht ab, meine Freunde? Äh. Ich muss einfach nur alle töten oder was? Achso. Stehe. Okay. Dann weiß ich schon, was ich hier tun muss. Aber ich habe glaube ich schon von der Zeit her abgekackt. Bin mir gar nicht sicher, ob ich das noch schaffen kann. Nein. Ich werde mir natürlich jetzt sowas von... Das wäre der letzte gewesen. Das wäre so bitter. Aber egal. Ähm. Ähm. Okay. Hier wäre ein Kitty... Noch ein Kitty gewesen, glaube ich mal. Fuck. Jetzt sind wir ein Kitty. Nicht so nice. Wir hätten... Wieso sind wir nicht zurückgeschwommen? Wobei, hier gibt es wieder den Dickerfass. Da hat es sich doch gelohnt. Weiter zu gehen einfach. Ähm. Ja. Wieder Ongard. Geil. Wie oft gibt es in diesem Level Ongard, bitte? Kann ich eigentlich diese Stachelfiecher töten? Ich will es nicht versuchen. Ich will es irgendwie gar nicht versuchen. Wer weiß, was da passiert. Wer weiß, was da passiert. Oh mein Gott, Alter. Wow. Da kommen viele Viecher. Ich sollte lieber aufpassen. Gibt es hier einen TK? Ja, dankeschön. Oh, ich dachte schon, das wäre irgendwie so ein krasses Viech, was mich killen könnte. Und unten drunten gibt es natürlich auch eine Fahne, was natürlich klar ist, was wir mit Ongard natürlich aufmachen. Wie ist auch logisch. So, Winkly Refuge. Tee ist bereit. Ich werde dein Spiel saveen, während du es trinkst. Save. Oh, zwei Prozent. Das ist ziemlich nice. Hier. Keep an eye out for... Was? Für was? Save. Und jetzt... Keep an eye out for those kremblings. Okay, mache ich. Tantichen. Fort Knox. Ähm, ist das ein Level? Scheint wohl ein Level zu sein. Ja, ist ein Level. Wir sind halt immer noch in der ersten Welt. Interessant. Bin mal gespannt, wie lang dieses LP sein wird. Die ersten, ähm... Zwei Donkey Kong Land Teile waren halt... Ähm... Acht Parts, glaube ich. Beide sogar. Lang. Oh mein Gott. Was ein Zufall, aber... So lang waren die auf jeden Fall die ersten zwei... Dekalant Parts. Äh, LPs. Was aber auch daran liegen kann, dass ich vielleicht bei Dekalant halt einfach kürzere Parts als bei Dekalant 2 gemacht habe. Das ist ja auch Wayne. Beide haben acht Parts. So. Ähm... Wir haben, glaube ich, alles richtig gemacht. Hoffe ich mal. Wir gehen jetzt erst mal hier nach oben. Ja, wir müssen eigentlich alles richtig gemacht haben. Ich meine, wie soll man sonst denn irgendwas hier machen? Was soll man hier überhaupt falsch machen? Ähm, hier wäre... Hier ist ein Bonus. Wusste ich gar nicht. Bash the baddies. Okay, besiegen wir auf jeden Fall. Locker easy. Bäums. 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 Wow. Wir haben sogar geschafft. Das waren nur vier Ratten. Die können doch mir gar nichts anhaben hier. Die können doch rein gar nichts anhaben. Die können mir nichts anhaben. Das sind langweilige Viecher. So. Oh mein Gott. Geh, danke schön. Ähm, was ist hier oben? Was ist das denn? Was sind das? Sind das paar Neseln? Münzen oder was weiß ich? Ich hab keine Ahnung. Ähm. Ja, ich hab's auf jeden Fall falsch gemacht. Äh, ich wollte doch kein... Ich wollte das Ziel gar nicht berühren. Ja. Beschiss. Wollte ich gar nicht berühren. Total recoil. Okay, das ist auch gleich ein neues Level. Ich kann mich noch gar nicht... Ich kann mich nicht bewegen. Nirgendwo anders denn. Also wird's ein Level sein. Total recoil. Wir schaffen es auf jeden Fall so, ohne dass wir die Bonus sammeln, eigentlich ziemlich viele Level. Was ziemlich geil ist. Aber... Was? Ist halt nicht vollständig. Aber ist okay, denke ich mal. Oh mein Gott. Für mich ist das vollkommen okay. Da ich das eigentlich so eher als... Äh... So gesehen als... Äh... Aufwärmung betrachte, diese ganzen Dekalenteile. Ist natürlich aber auch ganz cool designt auf jeden Fall, die ganzen Level. Aber mich interessiert dann eher doch nur die DKC, die richtigen... Also die DKC-Teile dann am liebsten. Die hier spiele ich halt mal kurz durch und... Das reicht für mich. So. Ähm... Wollang muss ich hier? Ich bin, glaube ich, richtig gegangen, oder? Ich hab keine Ahnung. Fuck. Hier ist auf jeden Fall das Halbwertfass. Das ist sehr schön. Ich hab auch ziemlich viele Leben, also kann... Das ist gut. Und DK, yeah. Döp, 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 döp. Nein! Wollst du noch gar nicht. So, dann nimm ich das mal mit. Äh... Wofür brauchen wir diese Viecher hier? Für das hier? Ich glaube, für irgendein Bonus. Shit! Ich bin zum ersten Mal gestorben. Ich bin eigentlich immer durchgeskillt, aber... Letztendlich dann doch mal gefehlt. Muss mich halt noch in die Steuer reinfuchsen. Das ist nicht ganz so einfach. Muss mich echt noch reingewöhnen. So, ähm... Da wäre das Ende gewesen, aber das brauchen wir jetzt irgendwie nicht. Also, ich wollte es noch nie haben. Hier oben ist wahrscheinlich was, oder? Oben links. Äh, was? Ich will doch gucken, was da ist. Hallo. Da ist locker was. Da ist auf jeden Fall ein Bonus. Da möchte ich hin. Bitte, äh, lass mich da hin. Collect ist das. Oh, äh, man sieht sich ja kaum. Ist ja sau behindert. Ähm, habe ich alle. Scheint so. Ich habe zwei Bonusmünzen schon. Nicht schlecht. Vielleicht sehen wir ja doch noch was von der Bonuswelt vielleicht. Oh nein, sehen wir nicht. Wobei, vielleicht irgendwann. Vielleicht sehen wir da wirklich noch was. Da bin ich mir nicht sicher. So, Shibishop. Oh, hier ist schon mal ein Shop. Das ist ziemlich geil. Gucken wir mal, Shibishop. Hey, you are a client away from home, I guess. Can I tempt you to spend two coins on some useful info? Ja, warum nicht? Kaka, chair, fine, squatter, and here to the left. I need to see you eight of those Bonuscoins. Wofür? Du m-m-du-middle-niggy. Wofür willst du das, du dickel-dickel? Habe ich keine Ahnung. Und auf jeden Fall, ähm, bei DKC 3 werde ich auf jeden Fall die 103% dann machen. Oh, hier wäre auf jeden Fall sowas von gewesen. Die 103% werde ich machen. Es gibt ja auch noch die 105%, aber ich habe keine Ahnung, wie die gehen soll. Aber ich glaube eher nicht, dass ich die mache. Das soll, glaube ich, eher nur für Profis sein, also von DKC 3. Und ich weiß, wie schwer DKC ist. Bei DKC 1 hätte ich das bestimmt machen können, aber bei DKC 3 auf jeden Fall nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Bei DKC 2 bin ich jetzt sau oft Game Over gegangen. Nee. Freunde, das mache ich nicht mit. Das muss ich nicht sein. Wir machen einfach die 103% dann dort. Und dann ist natürlich die Sache gegessen. Aber wir müssen uns auch... Und ich muss mich da auch noch ein bisschen informieren. Muss ich noch gucken, wo die ganzen Sachen sind. Wobei, was gucken. Das heißt, sie gucken. Also ich muss einfach nur mich informieren, was man für die 103% zum Beispiel braucht. Wahrscheinlich halt nur diese ganzen Bonusmünzen und DK-Münzen. Vielleicht, wo man die noch... Wo man die ausgeben kann und so. Vielleicht gucke ich das mal nach oder so. Wenn ich es brauche. Aber sonst nichts. Ähm, wo lang? Da oben ist irgendwas. Da kann ich mich mit dem Fass dahin teleportieren. Ja, das ist... Oh! Squidder! What? Warum? What the... What? Ähm, what? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Wie feuert der denn was? Hallo? Wie feuerst du das? Wie feuert der Typ die normalen Spinnennetze ab? Wo man drauf schwimmen kann? Äh, wo man drauf stehen kann, meine ich. Der macht die nicht. Vielleicht muss ich das... Vielleicht funktioniert das auch gar nicht, oder? Ich habe keine Ahnung. Hier gucke ich mal. Vielleicht geht das in den... In Dekaland gar nicht. Und ich tue... Und ich habe den irgendwie umsonst. Ja, irgendwie scheint es gar nicht zu funktionieren. Ich gucke da mal irgendwo mal nach, wenn es dann mal... Soweit ist, wo wir dann nochmal den Typen sehen. Zack! Dann haben wir dieses Level auch geschafft. Locker easy, meine Freunde. Wir haben schon fast die erste Welt hier abgeschlossen. Lift schafft Lottery. Okay, das ist auch gleich ein nächstes Level wahrscheinlich. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, das ist ein guter Startzimmer. Schon mal, glaube ich mal, für Dekaland 3, meine Freunde. Wir sehen uns bei einem anderen Part von diesem Spiel hier. Wieder, meine Freunde. Haut rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Und froh in diesem Spiel hier. Tschüss.